Ich wünsche mir von der VSS zum 100-Jahr-Jubiläum, dass er noch viele hunderte Jahre weiter bestehen kann, dass man viele Studierendeorganisationen der ganzen Schweiz vertreten kann, sowohl die PHs als auch die ETHs, die Universitäten und auch viele Fachhochschulen, dass sie alle voneinander profitieren können und dass wir noch viele Studierendeanliegen nach Bundesbern bringen können. Für den 100-Jahr-Jubiläum 2020, ich wünsche mir, dass der Jubiläum mehr Visibilität in generell in der Gesellschaft, aber insbesondere vor den Studenten und Studentinnen, weil es wichtig ist, dass sie den großen Vorteil von dieser Union vertreten, und dass sie von dieser Organisation sind. Für den 100-Jahr-Jubiläum, ich wünsche dem VSS, dass er in Zukunft auf nachhaltigen, finanziellen und strukturellen Beinen kann stehen, sodass man sich intern mehr auf die Inhalte fokussieren, also um Strukturen zu streiten und natürlich ein Kultfest. Für den 100-Jahr-Jubiläum 2020, ich freue mich auf konkretes politikale Anführungen. Zum Beispiel eine fédelle Initiative, die in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und die Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten für die Verfahren der Schülerinnen und Schülerinnen ermöglicht, nicht nur für die Parlamentarische Objekte, und sich aktiv und proaktivisch für die Verfahren der Schülerinnen, sondern auch für die VSS-Jubiläum, stärker die Visibilität der Jubiläum 2020. Für den Saar VSS wünsche ich mir zum 100. Geburtstag auch nicht nur eine Ausweitung des VSS, dass wir als Studierende mehr anpacken und mehr in diesen VSS einbringen, sei es auch finanzielle Mittel und mehr Engagement. Ich wünsche mir eine Rückkehr zu dem Prinzip, dass wir nicht nur Ausbildung unterstützen, sondern wirklich auch die Bildung wieder stark machen, dass alle Fächer und Orchideenfächer stark werden und dass der VSS das gelingt, was immer in diesen Positionen gefasst wurde, dass wir mehr Wohnungen, bezahlbare Wohnungen haben, viel die Gleichstellung umgesetzt haben und eigentlich die studentischen Interessen überall durchgesetzt haben. Und das nachhaltig und für lange Zeit. Und damit wünsche ich auf dem VSS alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.